Ich soll aufhören? Ich soll aufhören? Ja, korrekt. Du warst doch diejenige, die gesagt hat, dass er dich total kontrolliert. Ja, und als ich versuche zu helfen, da drehst du plötzlich alles um. Ich stehe da als die böse Freundin und du... Du kannst nicht mal pünktlich sein, um dich zu entschuldigen. Ich glaub's ja wohl nicht. Hey, ich bin nicht hier, um mich zu entschuldigen. Ich bin hier, um dir zu vergeben. Die Wahrheit in der Hand ist uns Ist das jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal, warte mal. So gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wie heißt die Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt ihr das was? Die Schlampe war. Die Schlampe war. Schlampe war. Die Schlampe war. Die Schlampe war. Das ist ein Schlampe und die St pensierte. Sie hat die Schlampe aufgenommen. Die Schlampe war.